hallo schießt ein freund ab los gibt es boah gehen wir auf den kekse ich glaube das war der letzte alles okay hier draußen nach was gut kommen wir uns mal ein bisschen um wir müssen unsere munition jetzt mal langsam nachfüllen nach diesem battle hier ist doch schließlich ihr lager hier muss irgendwas geben außer bretter haben die nichts fallen gelassen nur sachen zum heilen hier schon ein bisschen kacke haben wir hier eine leere dose kacke eine nicht wo hätten die ganz hin da ich habe echt keine munition fallen gelassen der arschgang ne wo ist denn elli da hinten ich komme schon kleines mädchen öffnen wir mal hier das tor ja dann mach doch mal bitte hallo hallo dann machen wir hier die tür lass fallen machen wir die taschenlampe an ach du kacke was haben die hier nur gemacht die granate rauchbomben ziemlich viele schuhe und tote leute eine notiz leerer schrank so können wir uns auch was machen wir können uns eine rauchbombe bauen ein paar medikits konnten wir uns eins bauen so haben wir nur fünf na gut trotzdem haben wir so gut wie keine munition mehr die haben echt die leute hier ausgeraubt und getötet ne es sind so viele die es nicht geschafft haben ich wusste ich hätte den Traktor gehen sollen wie gut dass wir gefahren sind ne ich kenne beide seiten wir bringen doch keine unschuldigen um hier verstehe es wie du willst hier schlafen diese typen wohl oder schliefen naja schliefen ist schon richtig hauptsache wir finden hier mehr muni und so medikit verbesserung aha vergrößern lesen keine ahnung wie ich das aktiviere grad wo geht es da dann da geht es hinaus ich glaube nicht dass die infiziert waren mir egal wir müssen weiter dann haben sie verbrannt ey ich komme grad noch nicht so richtig hier klar wo ich jetzt hin muss was ist das für ein geräusch ich lege es jetzt 13 oder was was ist hier die kifferhöhle das kann auch sein was haben wir denn half dafür machen wir noch den half dann können wir besser wechseln sparen wir mal weiter ganz gut so jetzt haben wir schon schön viel auf dem rucksack genau da ist die brücke da kommen wir aus da müssen wir hin ich bin alt wie wäre es wenn ich vorgehe jetzt müssen wir damit aufpassen ich werde hier kommen durch gegner das ist mir zu leise endlich kannst du pfeifen du pfeife da ist ein toter ich weiß nicht bekommen vögel ich gehe mal rum einer kommt direkt zu uns naja steht da nur ein bisschen müssen echt aufpassen wenn der uns jetzt hier sieht die sind soweit gut an uns vorbei wir können gleich los weiter ok 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 einfach weiter einfach weiter einfach weiter die sind da hinten so müssen wir jetzt lang ich möchte jetzt ungern aufmerksamkeit erregen deswegen wartet dass die abhauen die hauen ab ich bin echt froh dass wir die umgang haben so sehen die meisten zonen aus viele viele bunte blätter ich bin echt nicht mehr aber wie nicht ne warum wurde kein essen verteilt manchmal gab es nichts mehr meistens behielten sie es selbst in boston war das nie so glaubt mir es passierte dauernd vor die arschgeigen man so das ist die schleuse hier wir als gute bürger gehen natürlich normal durch die schleuse auch da sind wieder noch mehr hand ach da drinnen sind sogar der gleiche scheiß naja er sagt jetzt wo genug leute auf die ausgänge aufpassen können wir uns ausweiten und halten wir uns mal besser jetzt im auge ich habe das expansions geschwitz schon oft gehört und wenn wir es versuchen werden verdammt viel ich hoffe die hauen gleich ab das wäre sehr gut aber sagen ich nur die sind sind ja auch keine infizierten in der nähe das ist doch schon mal gut ade teilen sich auf